Nein, im Ernsthaft, wir probieren das heute mal. Ich wollte das schon so lange machen, als es diesen Trend gab, habe ich aber das irgendwie nicht mitgekriegt. Deswegen malen wir heute ein Bob Ross Bild nach. Ich war auch beim Kunstladen und habe hier alles eingekauft, was ich so brauche. Neben meinem Pinsel, meiner Palette und meiner Leimantier habe ich Farben. Acryl, die billigsten, die ich finden konnte. So wie Messer, aber halt die Kunstvariante davon. So wie ein legendären Fanbrush. Ich würde sagen, let's go, let's do this. Dankeschön, dankeschön. Oh, 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 stopp, stopp. Wir brauchen noch kurz hier die Farben. Et voilà. Es kann weitergehen. Und ich habe gerade den ganzen Kanvass mit einem sehr dünnen Coat von Liquid White. Habe ich nicht. Er grundiert es halt irgendwie so. Und ich habe jetzt Liquid White nicht. Ich habe so billige Farben. Oh shit, meinst du ist ja viel zu dunkel. Ich habe viel zu viel Farbe genommen. Oh shit. Oh shit. Meine Farbe, es geht bei meinen Farben nicht. Die sind so anders. Mein Himmel sieht halt einfach nicht so aus wie seine. Ja. Ja. Still water is always level. Ich denke, wir haben still water. So pull it from the outside in. Outside in. Something about like so. All right. Masterpiece on canvas with just a little bit of practice. Anybody can put a little masterpiece on canvas with just a little bit of practice. Let's have some more fun. Let's see. Let's take some black. Don't want it totally dark yet. There. Load it full of color. Both sides. Both sides. Okay. Let's go up in here. There. Now we just drop them in. We don't know where they go. Where ever you want. That's it. Don't put too much detail in here. It's too far away. I'm going to see a lot of detail. When things are far away, you make out form, shape, basic color. That's all. So war voll richtig, was der sagt. Das stimmt auf jeden Fall. Also wenn man je weiter man etwas wegmalt, desto weniger, ja, detailliert muss es halt aussehen. Und dann macht er da jetzt so ein paar Striche hin. Und jetzt kommt das Messer zum Einsatz, Leute. Der hat mich jetzt schon die ganze Zeit drauf gefreut, denn ich habe noch nie mit so etwas gearbeitet. Und ich finde, das ist so das Bob Ross Tool, was der immer hat. So, what's next? Let's put a little waterline for that. We use a liquid white. Liquid white. I'm without earth left. Waterline. I don't know that we even care. Just let your imagination take it anywhere you want to go. A lot of times I started painting. Let your imagination go. The time of day and the time of year. And from that, you can paint some fantastic little scenes. The more you practice, the better it becomes. Let's have a little evergreen tree. Ah, okay. Trees, jetzt kommen die Bäume. Just make a line, take the corner, take the corner of the brush and make a touch. Touch. Another one. And just sort of work from the center out. There it goes. It's easier to do it fast than it is slow, though. There they go. Just sort of back and forth. I had a lady in class one time tell me it was like making Z's. A better Z. She called them Z-Trees. So I guess that's as good of a analogy as I mean. I think everybody should have a friend. Even a tree. Even a tree needs a friend. Even a tree needs a friend, guys. Just pop in some. Take the big brush, pull down. Straight down once again. And it will cross. And we have instant reflections. I just use the same thing, bro. Man, meine Farbe ist halt schon getrocknet. Deswegen habe ich keine Instant Reflections. Ich habe halt ein paar Happy Little Excellents mehr als mehr. Weil wie er so schön sagt, Gotta work with what you got. Das machen wir jetzt. Und mein Pinsel verliert so viele Haare, das... Green. Okay, ein green. Wir brauchen green. Hello? Wir brauchen green. Let's go back. Put some highlights on our little... Highlights? Highlighter, Leute. A tree here. He's saying, don't leave me out. I need some too. Don't leave me out. There we are. Well, why? Lighten the color. And make it a little thinner. Thinner? A thin paint. We'll stick to a thick paint. Thick paint. We'll mix them back up again. Let's go back up here. I have some little bushes that live down here. Right down in his little foots. Something about like that. How's that? That looks like a little island. Let's put some dirt there. Dirt? Let's take some white. Ich habe jetzt nur noch grün, Leute. A little dark sand. Mix them together. Cut off a little roll of... Stop mit roll of paint, mein Herr. A little bit of soil. 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 Gotta have a place. This is a little island for all this to settle. All right. See here? Okay. Oh, there is to it. The other side now. Let's have some fun. Fun. This is your bravery test. Take the corner of the old two-inch brush. Bravery test. And let's just begin laying in a basic shape here. Ruined. 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 Stop, 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 stop. So. Ich brauche jetzt mal einfach neue Farbe hier. Ich habe noch lila. Ich brauche jetzt alle Entscheidungen. Alle Entscheidungen. Oh, im Moment ist es, glaube ich, ein bisschen dunkel. Leute, meine Kamera hat nicht gefilmt. Jetzt habt ihr ja gar nicht gesehen, was ich mit dem Baum gemacht habe. Das ist der Baum. Bei ihm ist er halt nicht so blau. Sondern das ist der Baum. Es ist ruined. Mann, aber ich hätte jedenfalls so einen Baum hingemalt. Nur seiner ist halt nicht so dunkel wie meiner. Seiner ist halt blau. Meiner ist schwarz. Mann. Leaves. Ah! Sein. Just the corner of the brush. Just the corner of the brush. There we go. Just the corner. Think about shape and form. Drop these little rascals in. Wherever you want. I can take you to the street all by myself. But here, I can do anything. Absolutely anything. I like big trees. And we have one living in our world. Noch ein. Right there. Okay. The tree needs a friend, guys. I like the water tree, because I think he needs a friend. He needs a friend. There. We'll separate all this with some nice highlights. He's a little brown and white. In previous shows we've had him. Like Peapod the pocket squirrel. My little squirrel that lives with me. We've had him on the show one at the time. There's a happy little bush. He lives right there. You knew he was there, didn't he? Happy little bush. And he's got a white, blue, dark sienna. Mix it together. Little highlight color. Just barely touchy. Barely let it graze. Okay, now we're going to have Esther. Right. And here and there and there and wherever. Another way of making little sticks and twigs. Take your knife. Just a clean, clean knife. Okay, Unterschrift. I'd like to wish you happy painting and God bless my friend. Also ich habe es zwar nicht genauso hingekriegt wie er, aber darum geht es ja auch bei seiner Serie, dass jeder das irgendwie hinkriegt und ich kann euch schon empfehlen, das mal auszuprobieren. Das hat voll Spaß gemacht und manchmal ist man so halb anverzweifelt. Ich hatte jetzt auch nicht die richtigen professionellsten Farben ever. Ich habe halt so Kinderfarbe gekauft für, weiß ich nicht, 10 Dollar. Ich war halt eben ein bisschen on a budget, aber trotzdem habe ich das geschafft. Also ich verlinke euch Bob Ross Social Medias, auch wenn er nicht mehr lebt. In der Infobox, er schickt seinen Kanal ab. Der Dude hat Videos mit 40 Millionen Aufrufen, 101,8 Millionen Abonnenten und er lebt halt nicht mal mehr. Ich habe den damals auf Twitch immer verfolgt, weil er auch immer halt streamt. Also seine alten Malvideos werden immer gestreamt auf Twitch und daher kenne ich den und ich schaue das schon total lange und habe da mal richtig viel Spaß bei. Deswegen ja, voll cool, dass ich das endlich mal geschafft habe, das nachzumalen. Let me know. Keine Ahnung, was denkt ihr? Und jetzt würde ich mich riesig über ein Abo von dir freuen. Wenn du das schon gemacht hast, dann kannst du auch die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.